Da sitze ich gestern Abend, also am Mittwoch um 20.15 Uhr vom Heimfernseher, schaue gemütlich mit Vorweihnachtsgebäck Spekulatius, einer schönen Tasse aus Friesentee, Kluntjes und ein Wölkchensahne meine meine Lieblingssendung in Aktenzeichen XY ungelöst an. Ja, ich bin auf Verbrecherjagd mit Rudi Zerne, als um kurz nach Viertel nach Neun Rudi mir sagt, es geht nicht weiter, die Sendung müsse abgebrochen werden. Warum? Das besprechen wir jetzt. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Fernsehschatztruhe. Am Anfang sei gleich gesagt, wenn du magst, dann würde ich mich über ein Like oder ein kostenloses Abo freuen. Auch hast du die Möglichkeit, über eine Kanalmitgliedschaft ab 99 Cent Videos schon exklusiv vor allen anderen zu schauen. Ja, wie schon erwähnt, einmal im Monat ist Aktenzeichen XY ungelöst mit Rudi Zerne Pflicht. Ich kenne die Folgen bereits seit Folge 1. Ja, ich war selber noch nicht auf der Welt 1967, habe die Folgen aber irgendwann nachgeholt und glaube, dass ich mich in der Thematik ganz groß auskenne. Freute mich also auch gestern Abend bei einer Tasse Tee, ein bisschen Vorweihnachtsgebäck, auf die neue Folge mit Rudi Zerne. Und um 21.16 Uhr rum sagte mir Rudi, es könne so nicht weitergehen. Was? Ja, und diese furchtbare Wahrheit war natürlich ein unfassbarer Schock für die Familie von Andrea Welser und für alle, die sie kannten. Ich werde gleich hier mit Markus Weber reden, erster Kriminalhauptkommissar der Kripo in Köln, aber wir unterbrechen aus gegebenen Anlass kurz unsere Sendung. Jetzt kommen gleich wieder zurück. Im politischen Berlin tut sich einiges. ZDF heute live, herzlich willkommen. Ja, wenn Sie uns jetzt im ZDF-Hauptprogramm zuschalten, dann sagen wir an dieser Stelle auch nochmal einen schönen guten Abend. Wir unterbrechen das Programm an dieser Stelle. Vielleicht haben Sie die Eilmeldung auch schon mitbekommen. Und zwar kam die Meldung vor gut einer halben Stunde. Bundeskanzler Olaf Scholz entlässt Bundesfinanzminister Lindner. Erst waren es Medienberichte. Inzwischen hat es auch der Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigt. Gleich soll es dazu im Kanzleramt um 20.15 Uhr, das ist jetzt, das heißt wir gehen gleich rüber, eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz geben, in der er sich zu dieser Entlassung von Bundesfinanzminister Lindner voraussichtlich erklären wird. Ja, okay, okay. Es war wichtig, dass Olaf Scholz kurz sein Statement abgegeben hat. Dafür unterbreche ich auch gerne mal als Zuschauer Aktenzeichen XY ungelöst. Vor allem, wenn Rudi Zerne gesagt hat, wir melden uns gleich wieder. Gleich geht's weiter. Ich wartete also ab. Statement Scholz, okay, Lindner entlassen. Große Krise, alles klar. Kurze Einordnung. Dann allerdings sollte es doch bestimmt weitergehen mit Aktenzeichen XY ungelöst und Rudi Zerne. Wir sagen an dieser Stelle auch noch einmal Entschuldigung für alle, die heute Abend Aktenzeichen XY schauen wollten. Das haben wir jetzt an dieser Stelle ausgegebenen Anlass unterbrochen. Ich schaue jetzt einmal auf die Uhr. Es ist jetzt gleich 21.45 Uhr. Das heißt, wir würden Sie jetzt an dieser Stelle gerne an die Kolleginnen und Kollegen vom Heute-Journal übergeben. Dort natürlich das Thema auch dieses Tages der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA. Und da macht jetzt Marietta Slomka weiter mit einem besonderen Heute-Journal heute Abend live aus Washington, D.C. Danke für Ihr Interesse an dieser Stelle und bis bald. Tschüss. Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Okay. Nichts mit Rudi Zerne. Na gut, dann gab es das Heute-Journal. Okay, wir bringen das alles nochmal auf den Punkt, ordnen das gerne nochmal ein, liebes ZDF. Dafür zahle ich gerne meine Gebühren, gar kein Problem. Aber nach dem Heute-Journal, da sollte es doch nun wahrscheinlich endlich weitergehen mit Aktenzeichen XY ungelöst und mit Rudi Zerne. Denn es fehlten uns ja auch noch zwei Filmfälle. Und ja, da könnten wir doch jetzt eigentlich mal wieder zurückgehen ins Programm. Zur Champions League im ZDF natürlich auch hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wir freuen uns auf die Bayern. Wir freuen uns auf Stuttgart. Und natürlich haben wir auch die Spiele vom Mittwochabend im Blick mit dem Experten René Adler. Herzlich willkommen. Hallo René, ich finde, dass du da bist. Ja, wir müssen erstmal festhalten, es war ja ein doch sehr ereignisreicher Tag, sowohl welt- als auch bundespolitisch. Da ist im Programm beim ZDF auch einiges durcheinander gekommen. Deswegen zunächst einmal die Infos für alle Fans von Aktenzeichen XY. Das haben wir heute Abend abbrechen müssen, aber das wird nun fortgesetzt ab 23.15 Uhr bei ZDF Neo. Und wir machen jetzt Fußball. Das ist nämlich auch mal ganz schön Champions League. Okay. Katrin Müller-Hohenstein. Vielen Dank für die Info. Also um 23.15 Uhr in der Tat sendete ZDF Neo dann nochmal die komplette Sendung von Aktenzeichen XY umgelöst. Und in der Nachtwiederholung gab es das dann auch nochmal im Hauptprogramm. In der Mediathek ist die Folge jetzt mittlerweile komplett online. Bis heute Morgen war die Sendung nur 60 Minuten. Also sprich bis zu dem Abbruch in der Mediathek zu finden. Warum, weiß man nicht. Also jetzt mal ohne Flachs und Ironie. Ich verstehe natürlich, dass man das Programm unterbricht. Denn viel zu oft hat in der Vergangenheit der ein oder andere vielleicht von euch gesagt, mein Gott, sie reagieren überhaupt nicht schnell, wenn irgendwas passiert in der Welt. Da sind andere Sender eher sozusagen am Ball und schalten sich live dazu. Aber wenn es doch bitte heißt, Tom Moderator, wir sind gleich wieder zurück. Und es ergibt sich doch anders. Dann sollte es doch wohl bitte wirklich möglich sein, die Zuschauer darüber zu informieren. Wo wäre denn das Problem gewesen mit Beginn des Heute-Journals, dass Frau Slomka mal eben kurz gesagt hätte, sie warten jetzt bestimmt hier auf den Rest von Aktenzeichen XY ungelöst. Sorry, Scholz und Lindner sind gerade wichtiger, wird nichts mehr. Bitte warten Sie nicht. Also den Zuschauer irgendwie ein bisschen für blöd zu verkaufen, muss ich sagen, ist nicht so die feine Art. Ich habe das auch in verschiedenen Foren, in verschiedenen Gruppen zu Aktenzeichen XY gelesen, dass die Zuschauer sich einfach verarscht vorgekommen sind. Wie gesagt, unterbrechen, alles legitim, aktuelle Situation, super. Aber den Zuschauer einfach nicht im Dunkeln lassen. Entweder hätte Marietta Slomka das im Beginn, zu Beginn des Heute-Journals einfach mal angekündigt, dass es nicht weitergeht. Oder, liebes ZDF, es gibt auch sowas wie Bauchbinden oder Laufbänder. Da kann man solche Informationen auch einfach mal einblenden und durchlaufen lassen. Einfach mal so als Service für einen gebührenzahlenden Zuschauer. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, mache ich hier ein Fass auf, wo keins ist? Oder gehörtest du etwa auch zu den Zuschauern, die einfach darauf gewartet haben, wie es weitergeht bei Aktenzeichen XY ungelöst und hast darauf gewartet? Viele Leute sind, wie gesagt, genervt. Oder sagst du, mein Gott, wir haben nun wirklich andere Probleme. Wir wollen lieber hier, dass Neuwahlen nicht erst im März stattfinden, dass die Vertrauensfrage nicht erst am 15. Januar gestellt wird, sondern in der Tat diese oder nächste Woche. Da ist mir das alles andere, was das lineare Fernsehen angeht, eh nicht so wichtig, weil ich schaue ja eh nur noch Mediatheken und online. Würde mich interessieren, eure Meinung? Schreibt es dir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, lasst dir gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Video der Fernsehschutz-Tour. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020